Wladimir Putin sitzt an seinem hölzernen Schreibtisch. Seine Besucher legen unter seinen strengen Blicken Rechenschaft ab. Dieses Bild des russischen Staatschefs mit seinen Untergebenen hat sich vielen Russen eingeprägt. Seit Beginn seiner Herrschaft im Jahr 2000 hat der frühere KGB-Agent das Land in ein autoritäres System verwandelt. Die Oligarchen, die in den 90er Jahren ihren Aufstieg erlebten, sind kaltgestellt. So gut wie alle Oppositionellen sind entweder inhaftiert, tot oder leben im Exil. Das Justizsystem dient dabei nur noch den Interessen des Kremls. Die wohl größte Gefahr für sein Herrschaftssystem stellte Yevgeny Prigoshin dar. Als der frühere Chef der Wagner-Miliz im Sommer 2023 auf Moskau zumarschierte, stellte das sowohl Putins zäh laufenden Militäreinsatz in der Ukraine infrage, als auch seine Unantastbarkeit als Herrscher. Inzwischen ist Prigoshin tot, Putin sitzt weiterhin im Kreml. Dabei startete der heute 71-Jährige als demokratischer Hoffnungsträger ins Amt. Er kooperierte mit dem Westen, hielt eine Rede im Bundestag und brachte sogar einen NATO-Beitritt Russlands ins Spiel. Doch im Laufe der Jahre wandte sich Putin immer weiter Ländern wie China und Nordkorea zu. Der Westen diente ihm zunehmend als Feindbild. Rechte für Minderheiten, Frauen, Schwule und Lesben. Für Putin liberales Teufelszeug. Der Militäreinsatz in der Ukraine hat Russland und den Westen endgültig entzweit. In den Ländern des Westens ist Putin eine Persona non grata. Er wird per Haftbefehl gesucht. Während russische Truppen nur im Rahmen eines Militäreinsatzes in der Ukraine sind, sei Russland mit dem Westen im Krieg, betont der Kreml immer wieder. Eine baldige Wiederannäherung erscheint da unmöglich. Untertitelung im Auftrag des WDR